Wer ist das da im Wasser? Jemand, der Seifenblasen bläst. Ah, es ist Fröschi. Und wer versteckt sich dahinter den Seifenblasen? Na klar, das ist Elli. Elli trägt eine Clownsmütze. Fröschi trägt auch eine lustige Mütze. Elli und Fröschi spielen mit Seifenblasen. Oh, Elli bläst so viele Seifenblasen. Oh, eine Blume. Ein Fisch. Und noch ein Fisch. Neust85-Modern. Neust85-Modern. Jawohl. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wait. Das sind die Idee. Für mich. Ja.